Hallo und herzlich willkommen zu unserem Was ist Xcel Stream. Morgen kommt das Spiel raus, das ist von TinyGrow entwickelt worden und von Assemble gepublished. Wir haben ja auch den Key dazu geschickt und haben gesagt so, ist voll okay. Ich bin jetzt etwas irritiert. Text, Sprache ist auf Englisch eingestellt. Menü Sprache ist auf Deutsch? Okay, ich habe es gerade nochmal verstellt und jetzt ist es auf jeden Fall auf Englisch. Eventuell hat sich das zuerst das Ding geholt von wegen, wie Windows eingestellt ist. Windows habe ich auf Englisch eingestellt. Hmm, I don't know yet. Okay, egal. Auf jeden Fall, genau. Ich darf es auch heute schon streamen. Vielen Dank dafür nochmal an den lieben Tobias. Da gab es ein bisschen unklare Kommunikation zum Embargo am Anfang und wir haben es aber erklären können. Das heißt, ich darf es auch heute schon streamen. Voll gut. Ich freue mich. Und das sah schmerzhaft aus. Genau, ich weiß auch wieder mal nicht viel über dieses Spiel. Ich schaue immer, dass ich mich relativ ungespoilert in diese Sachen reingebe. Da wir das heute jetzt auch sehr, sehr spontan gemacht haben, ob ich das heute streamen durfte, bin ich noch unvorbereiteter als sonst. Und, äh, genau. Aber es sah gut aus. Und, äh, genau. Oh, nein, 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 nein. Das kann nicht passieren. Ich habe nicht sogar das Ort. Bin ich in einem verdammten Wald? Und was der hell mache ich in einem kraschenden Spaceship? Ich bin etwas wie ein feinster Astronaut. Ich glaube, es ist wirklich zu schmerzen. Okay, schau. Es gibt eine Explanation für alles. Ich mag die Voice-Sectorin. Kann ich jetzt schon direkt sagen. Voice-Sectorin, voll gut. So, one thing after the other. Where the heck are we, little guy? The garden? Whose garden, exactly? Cell? Just X-E-L? It doesn't ring a bell. But it seems you know what you're talking about. All right, little buddy. Let's check out this garden and look for that mysterious cell person. Let's hope they have the tools to remove this rock that hurts like hell out of my face. All right. So. Sehr expressive, die Person auch. So von Sicht. To be honest, this place is really beautiful. In a weird and kind of creepy way. Hm? Where was Nashorn? You have system. Odesia, settings. Inventory. Strange stone. A lot into your forehead. Ah, we have already seen one of the cards. Yeah. And, man muss hier beipflichten? Is schon hübsch? Ah, okay. Automatisch springen. Ich habe nichts machen müssen. Mhm. Ich springe jetzt zuerst hier rüber. Weil hier schien es jetzt nicht weiter zu gehen. Aber ich kann mich tatsächlich total irren. Also, der Button sieht ziemlich punchy. Hm. Okay, vielleicht irre ich mich. Vielleicht muss ich zurück. Ich habe vorhin bei jemandem mal reingeschaut. Äh, mehr so wegen der Embargo-Frage. Und, äh, kam die Person auch in die Richtung. Ich meine, wenn es Torrance hier hinschickt. Ah. Okay, ich meine. Dann haben wir hier nichts verpasst. Ich dachte nur kurz, dass wir hier vielleicht etwas verpasst hätten. Mal diese Kiste da oben. Wir da sehen auf der Karte. Das ist eine Kiste da oben. Yuck, 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 yuck. Warum ist das so warm? Hm. Vermutlich, weil es relativ seichtes Wasser ist. Richtig seichtes Wasser mit guter Sonneneinstrahler. Wird gut warm sein. Fühlt sich potenziell aber halt an, als hätte, als hätte die gesamte Bevölkerung des Landes halt reingepisst. Aber bis hier, sehr friedlich. Wir werden aber noch kämpfen können. Warum ist es so viel Technik in einem Forrest? Ah. Aktuell ist es tatsächlich noch kein, irgendwie... Dinge... Noch nichts, was man irgendwie... schlagen kann. Also. Okay. was spannend wir haben irgendwie sehr sehr aus der ferne ich weiß gar nicht warum ich hatte keinen button gedrückt dachte ich ich wollte hingehen dachte so friend und dann bisher hat es mich beschossen und irgendwie habe ich jetzt ein o um von der IT Crowd überlegt zu holen meinung ist jetzt kann ich noch nicht viel sagen ich habe es jetzt gerade erst also wir spielen es tatsächlich seit 5 Minuten oder so weil wir davor die ganze Zeit gequatscht haben es tut mir total leid ja also das ist jetzt keine Ahnung das sind jetzt die ersten 5 Minuten in denen du uns erwischt hast von daher du erkennst jetzt kannst jetzt live miterleben wie ich es finde aber das ist so schön dass da bist wie geht es dir hast du dich gut wiederholt von von Gamevention Woche später ähm hm schaut jetzt nicht so gesund aus achso nein das ist nur Gras ich dachte das sah so nach sah nur so nach Giftlache aus ging das nur mir so ah verdammt ich habe weggeklickt was da der Flavortext war ich dachte ich muss es bestätigen damn it war der Flavortext oh there is no no text no text okay wie geht's dir äh ich habe ziemlich Muskelkater to be honest ähm wir waren jetzt am Wochenende haben wir den Geburtstag vom Dini gefährt äh und da sind wir auf haben wir halt Kanufahrt gemacht äh so eine Kanutour gemacht viereinhalb Stunden lang und sind irgendwie 13 Kilometer gepaddelt und zwar äh für den Körper ein wenig anstrengend weil ich für gewöhnlich nicht so viel in der Gegend rum paddel äh streicht das? weil ich für gewöhnlich nicht in der Gegend rum paddel und äh ja es war dann es war dann ein bisschen viel nein genau hat auf jeden Fall Spaß gemacht war cool gerne wieder dann war es auch eine schöne Gruppe mit der wir unterwegs waren waren mit dem Großteil des Polycues unterwegs und äh genau also ich finde es auf jeden Fall schon ultra schön mhm okay wir müssen den Zug weiter nach vorne bekommen und das kriegen wir vermutlich hin weil da hinten ein Knopf ist Knöpfe drück die Knöpfe easy so genau dann können wir einmal hier rüber springen dann können wir das Knöpfe drücken und dann geht das hier auf sehr gut also aktuell ist noch straightforward hey was ist das schweige Ding vor dem let's check it out mh ich weiß es eh schon das ist Stich und irgendwo sind Goblins Ox war echt hübsch gemacht die Gegend so so much trash mhm was das wäre mal ein Deponia ja stimmt zur Deponia haben wir auch gerade noch irgendwie was in Planung ja ich weiß Deponia ich habe ganz viel darüber gelästert aber das Universum ist eigentlich ganz hübsch anderswigen in Winter Trämmorger another man's trash is this gal's way to kick some ass dunk blade the blade that lost its edge a long time ago swinging with B and target your enemies will LT sehr gut kannst nicht chargen so so mh 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 Candy should not be consumed, bro. Und witzig. Ja, voll witzig. Ihr merkt ja, dass ich immer wieder gerne, also immer wieder den Englischen Texte vorlese. Und jetzt habe ich das vor kurzem auch in einem anderen Spiel gemacht. Also war es dann irgendwie für Couch, Co-op auf dem Sofa. Und ich hatte halt einmal einen französischen Akzent im Sprechen angefangen. Der nicht auf ganz viel Gegenliebe stieß, was ich verstehen kann. Aber ja, und dann habe ich halt wieder mit meinem normalen Akzent vorgelesen. Ich habe halt eher so British English gelernt. Und entsprechend spreche ich dann mit einem British English Accent. Und ich wurde dann so ein bisschen verwirrt angeschaut, dass ich immer noch mit Akzent spreche. Wo ich doch gerade gebeten wurde, dass ich ohne Akzent spreche. Und die meinte nur so, der kann nicht anders. Das ist sein normaler Akzent. Das war durchaus witzig. Au, okay. Ja, nein. Das ist not the way. Ich habe gedacht, wir könnten vielleicht per Invincibles Rolls... Oh, wait, what? Was ist... Warum ist denn... Hauptmenü die Standard... Die Standardauswahl, was? Was? Lol, was das denn von uns sind? Und warum ist der jetzt hier nicht zusammengedingst? Müsst der nicht irgendwie... Hat das das nicht... Misere. Ich habe einfach auf A gedrückt, weil normalerweise ist doch das... Memo. Du kannst mir nicht sagen, dass das normalerweise Standardding nicht... Continue ist, ne? Als ich eben gerade... Ich zeige es nochmal. Oder wir machen das... Hier, hier ist der Unklick, ey. Komm hier, verrückte mich mal. Bring mich mal um hier. Oh Gott, der braucht so lange. Hallo, kannst du mich schnell um... Okay, nee, warte. Wir rennen nochmal zu den Turrets. Die Turrets sind ein bisschen schneller mit umschießen. Hier, komm. Eins, zwei, drei. So. Warte mal, ich habe auch auf Continue... Hä? Okay, vielleicht hat mein Gamepad gedriftet. Weil ich habe, glaube ich, nicht nach unten gedrückt. Au. Okay. Warum war mein Dashboard gerade nicht? Da habe ich nicht Dash gedrückt. Aber okay. Ja, ich merke es gerade, Memo. Vielen Dank, aber... Ich war gerade wirklich verwirrt. Dass das nicht die Standardaktion irgendwie... Nichts war. Continue. Weil das hatte ich jetzt so erwartet. Und dann war es irgendwie gefühlt nicht so. Aber du hast recht. Anscheinend... Irgendwie... Ich dachte, ich habe den Nicht-Drifting-Controller hier. Weiß nicht. Das Ding ist, ich habe tatsächlich irgendwie... Zwei... Ah. Spannend. Wenn man gestorben ist, bekommt man wieder die... Die Pop-Ups für... Die ganzen Sachen. Die ersten Pop-Ups. Es ist nicht so schlimm, aber es ist halt so... Ah. Spannend. Dass dieser Fehler ist. Äh. Da wird nicht ordentlich gesüngt. Quasi. Ähm. Genau. Und ich habe halt irgendwie... Ich glaube, vier Controller. Also... Ich habe vier Controller. Und... Hallo? Okay. Oh. Okay. Du weißt, warum es so cool war? Warum? Bin ich gespannt. Ach so. Weil ich gerade nach unten gelaufen bin. Und er hat das dann sofort übernommen. Meinst du? Hm. Ja. Du schreibst das gerade. Ja, das kann... Ja, stimmt. Das kann... Das kann gut sein. Das ist genau dann... Ähm. Das ist genau in dem Moment... Äh. Passiert das? Dass er dann einfach die Eingabe direkt übernommen hat. Weil ich hatte... Nicht bewusst auf jeden Fall auf... Quit runtergedrückt. Deswegen war ich gerade zu irritiert. Und... Das ist halt echt ein Ding... Ich weiß nicht, ob es dir schon auch aufgefallen ist... Aber man liest viele Dinge gar nicht mehr. Also ich lese viele Dinge nicht mehr. Wenn ich erwarte, dass... X... Ähm... Sein soll. Oh. Spannend. Der Mach auch... Äh... Der Dodge-Brung ist doch relativ sinnvoll. Kennt ich nur so gut. Ja. Weil das Ding ist halt auch... Also unter anderem auch wegen diesem Streaming... Ist es so ein Teil... Und wegen... Ja... Äh... Eigentlich musst du dich gerade um andere Dinge kümmern. Äh... Potenziell eben... Keine Ahnung... Chat lesen. Schauen, ob er etwas Neues geschrieben hat. Ähm... Auf die Umgebung achten und so. Und wenn man dann irgendwie... Sich das irgendwie sparen kann... Das zu lesen. Indem man einfach... Äh... Was anderes macht. Was Wichtigeres macht. Dann... Dann ist es halt schon voll viel wert. Haben wir einen Gegend? Ja. 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 So. Genau. Für die Leute, die es noch nicht wissen. Memo ist auch ein Streamer. Und äh... Der macht auch immer wieder so Indie-Game-Kram. Wie fies. Und wegen... Ja, ja. Lass mal hoffen, dass wir es besser einsetzen können als der Vorbesitzer. Da haben wir Vorbesitzer. Ah, okay. Wir brauchen hier einen neuen, neuen Schlüssel. Ah, genau. Memo hast du ja eigentlich mal auf die... Auf die Seite geschaut, die ich dir empfohlen hatte. Hast du da schon Zeit für? Also. A... Weitere... ... ... ... Oh he's a key. Come on key can't use for terminals around here. Open one low security terminal and you're just error permanently. normal hast du schon irgendwie schon nutzen können oder aber speicher mal kurz gerade ein bisschen was gemacht hier in der gegend so jetzt hier habe ich frage wohin gehen wir jetzt wir haben jetzt das schild wie hell ist diese button eventuell ich weiß das ding ist ist dieser schlüssel aha der schlüssel ist gar nicht für das tor da vorne sondern es ist für das tor hier da hinten ich habe mich gerade gewundert weil das sah schon sehr kaputt aus oder ob es einfach vielleicht die ganze section hier öffnet das wäre cool gewesen kisten zerschlagen ist doch eines der schönsten sachen in so spielen an dingen hängen bleiben nicht keine ahnung woran ich hingeblieben bin außerdem kann ich dir eventuell noch ein ein selbstgeschriebenes plugin geben das ein bisschen hilft die seite zu besser zu nutzen weiter weiter also bisher spielt sich auch ganz smooth abgesehen von diesem einen feld jetzt vorhin okay hier wenn wenn ich jetzt praktisch ich werde irgendwie die kamera ein bisschen raussuchen würde oder zumindest die dinge ausmählen würde weil da war gerade so ein bisschen schlecht sehen oder 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 Können wir tatsächlich mal schauen, was sich jetzt daran geändert hat. Weil jetzt könnten wir potenziell zu einigen Plätzen kommen, die wir vorher nicht erreicht haben. Das stimmt, da oben können wir auf jeden Fall lang. Können Gegner hauen. Wir können hier einmal rüberspringen. Die Frage ist, geht es hier nicht hin? Achso, hier geht es glaube ich tatsächlich groß weiter. Das heißt, wir müssen gleich hier wieder zurückkommen. Nehme ich glaube ich eigentlich weiter. Ein Hob. Hob habe ich tatsächlich gar nicht gespielt. Das war zwar von einem Entwickler, den ich echt cool finde. Das war ja von den Menschen, die... Ah, wie heißt das? Diablo-like nochmal. Irgendwas mit Rune glaube ich. War das nicht? Aber ja, irgendwie Hob. Ich glaube, ich habe den Key angefragt und habe ihn nicht bekommen. Und ich war auch glaube ich zu einem Zeitpunkt schon ganz gut mit Keys beworfen worden. Von daher war es dann so ein, ja okay, wenn ich den nicht bekomme, dann will ich halt andere Spiele. Das ist schon okay. Das ist ein komisches Luxusproblem, das ich gerade habe. Dass ich dann halt sagen kann, okay, manche Spiele spiele ich einfach nicht, weil ich bekomme den Key dafür nicht. Und ich habe genügend Spiele, die ich eh schon spielen sollte. Ein bisschen seltsamer. Torchlight, oh ja, Torchlight, das war richtig gut. Ich habe Torchlight total gerne gespielt. Also ich habe Torchlight 1 und 2 tatsächlich auch durchgespielt. Torchlight 3 nicht, weil Torchlight 3 war dann irgendwie so ein ganz komisches Ding plötzlich. Au. Ja, meine Rolle war sehr sinnvoll. Ah ja. Aber wie fandest du den Hob? Habe ich was verpasst oder ist es eh okay gewesen? Und in der Hinsichtung hat die Frage, ist es so ein österreichisches, ist es eh okay gewesen oder ist es ein deutsches, ist eh okay gewesen. Beim österreichischen, das sollte man vielleicht noch sagen. Entscheidend ist im österreichischen ein eh okay, eine große Beleidigung und im Deutschen ist es halt, ja, es eh okay gewesen. So ein, literally, ja, war okay. Aber ich, äh, musste ich lernen, ähm, als ich eine österreichische Freundin hatte, die dann sehr beleidigt war, als ich sagte, ähm, dass ihr Kleidung, ihr Kleidungsstück, was ihr irgendwie anhatte, dass es eh okay aussah. Äh, äh, nee, genau, eh hübsch. Das Problem war, dass eh, also dass sie eh hübsch aussieht, weil ich ausdrücken wollte damit, dass, dass halt wirklich nicht viel schief gehen kann. Und sie sowieso hübsch aussieht. Egal, was sie anhat, sie sieht hübsch aus, das wollte ich damit ausdrücken. Bei ihr kam das aber halt an, wie halt bei den meisten Österreichern ein eh hübsch ankommen würde. Und zwar halt, gar nicht. Es kam als ein, naja, ist nicht so wirklich hübsch. Also, bist eigentlich hässlich. Fand ich auch sehr spannend. Ähm. Okay, jetzt muss ich gar nicht mehr machen, bla. Oh, okay. Au. Okay, jetzt muss ich gar nicht mehr machen, bla. Ach ja, die Kulturen der Schiete. Also witzig, weil man ja meint, dass zwischen österreichisch und dem österreichischen, dem schweizerischen potenziell ja gar kein Unterschied existiert. Aber es existiert schon einer. Und ich merke gerade, ich glaube, ich bin hier gerade, das ist der richtige Weg. Ich werde vorhin den anderen kurzen Weg gehen sollen. Mist. Warte mal, ich hätte auch die Karte schauen können. Ich depp. So, ja, ich hätte... Okay, wir müssen alles nochmal zurücklaufen. Sorry. Ich habe irgendwas liegen lassen, vermutlich. Ich kann das nicht. Geht nicht. Okay, aber ich habe hier keine Kisten liegen lassen. Oder respawn das einfach alles. Respawn das einfach alles, drei Sekunden nachdem ich weg bin. Sehr furchtbar. Gott, es respawnt halt wirklich drei Sekunden nachdem ich weg bin. Nein. Oh Gott, dieses furchtbare Spiel. Ist das eigentlich kaputt? Nee. Ich leuchtete nur eben so. Ich habe gerade übrigens einen fetten Robo von Rammstein. Hallo? Okay. 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 spielt hololot mich okay das ist broken okay mist anscheinend wenn wenn man den knopf schon mal gedrückt hat darf man nicht nochmal drücken ansonsten in dinge kaputt ich bin ja froh dass es hier mit der brücke nicht kaputt weil das wäre ja schon etwas ungünstig gewesen an audio log i hope it gives us some clues about what happened here das kia fell literally a co-worker of mine has been crushed by a faulty sky panel Wir müssen erst auf dir stehenbleiben. Tschüss. Okay, ich finde etwas irritierend, dass das Ding da immer noch liegt, dass wir es nicht mitnehmen können. Warum ist es so, wie das? Ich bin nicht ein Fan. Ich bin nicht ein Fan. Ich bin nicht ein Fan. Kommt dann nix, das irritiert mich ein wenig. Okay, ähm. Aber ich muss sagen, es ist ein bisschen schlimm, dass hier alles wieder respawnt. Ich will ständig... Ich will ständig wieder alles neu aufheben. Aber ich glaube, das kann ich nicht machen. Und ich weiß noch nicht, ob ich ganz glücklich bin mit dem... ...dass es halt Autospringen ist. Weil dadurch... ...muss ich mich halt darauf verlassen, dass die Jump Points an den richtigen Stellen gesetzt sind. Und es nie kaputt geht. Und... Genau, weiß nicht. Es ist ja gerade ein bisschen kaputt gegangen. Wir sind jetzt gerade gesprungen, obwohl ich eigentlich nur dieses Herzchen aussammeln wollte. Aber anscheinend bin ich zu sehr an den Rand gegangen. Und dann hat das Spiel gesagt so... Jump, 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 jump. Okay. Ja, ja. Kein Bock auf euch. Ah, witzig. Es gibt Friendly Fire. Es gibt Friendly Fire. Wie witzig. Das ist ein bisschen süß, wie sie... Wie sie so ein bisschen... Also die Schreie von den Robotern, wenn sie sterben oder geschlagen werden, sind schon ein bisschen knuffig. Und irgendwie fühle ich mich ja ein bisschen schlecht, wenn ich das so sage. Klingt so gemein. So, speichern. Ah ja, voll schlimm. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon Ohrwurm von... Von Rammstein. Äh... Von dem Lied Ausländer. Da ist sie gut. Witzig gemacht. Witzig gemacht. Was! Witzig gemacht. Ow. Achievement Unlock Sleeping Not-So-Beauty And you show up all cloaky-doaky with this way too relaxed attitude, so no, mister, I will not keep it cool. All right, I get it. I'm sorry. So, you're not with them? Them? Dude, I don't even know where I am or who I am. Wait, you... you came down with that ship, right? All right? More like I came crashing down in it, yeah. Are you, Xcel? Follow me. Okay. Oh, no, Momento. Mir ist aufgefallen, dass der Ton etwas leise ist. Yep, besser. It's not safe, so let's save. Thanks for making that clear. I thought the killer robots were kind of a dead giveaway. They are not our biggest problem. Cool. Can't wait to see what's going to try to kill me next. Thanks for the help, by the way. Back there with that overseer. I didn't do anything. Exactly. Hey, you seem to be able to handle yourself just fine. Yeah, because I have to. Get him, Reed. Get him. It's glowing. But it doesn't do anything. So you don't know who you are? Nope. All blank. You remind me of someone I knew who was very much like you. How about Reed? I'm sorry. Whatever, mister. Just as for needle eyes. Hey, I wanted to choose your name as well. All right. Go ahead. Now my head is already filled with your actual name. At least something's in there now. Rude. Very rude. Ist nicht einfach lustig über uns, weil wir nichts im Kopf haben. Also nichts erinnern. So. Mal schauen, wo er es hinbringt. Da hat er tot. Where are you taking me now? Let's show him what you got. My home. I don't usually go home with someone on the first date. I missed? I wasn't, I mean, I wouldn't, um, yeah. Relax, Dez. I was just trying to lighten the mood between all this fighting robots business. Nice. Cute. Direkt mal Leute an flirten. Verstehe ich gar nicht. Würde ich ja nie tun. Bestimmt nicht auszusehen, wie viele Leute haben geflirtet, auch dem Letzt. To be honest. Actually, I don't know. If I did or not. Ich, äh, könnte es nicht beschwören, dass ich es nicht getan hätte. Könnte es aber auch nicht beschwören, dass ich es getan habe. Dafür müsste ich mir aufpassen, was ich von mir gebe. Und wie Leute darauf reagieren würden. Und ob Leute, ob die Art, wie Leute darauf reagieren, eine positive Art ist. Das müsste ich wissen. Aber das tue ich nicht, weil ich bin, äh. So, stimmt. War ein bisschen witzig, dass seine Animation irgendwie kaputt geht beim Zuschlagen. Ich bin jetzt ein bisschen witzig. Oh Gott. Ich glaube wir waren hier schon. Mal gut, dass wir da die Kiste, äh die Leiter runter gelassen haben. Oh spannend, wir dürften die. Ah, ich wollte gerade zeigen. Was? Full Cables. Ah. Gut Machinery. Es sieht so ein bisschen aus, als wäre, könnte es hier später Shops geben. Schauen, wie richtig wir damit liegen. Äh, da ist Desmond. Desmond. Wir haben Desmond verloren. Was ist das? Das. Das ist Nele. Das ist Nele. Home of the Survivors. Es ist... Wow. Ich hab es nicht gesehen, wenn du es in der Mitte gesehen hast. Also, da sind mehr Menschen, nachdem ich... Ich bin entschuldigung, wenn sie nicht willkommen sind. Wir haben nicht die beste Erfahrungen, bei uns mit Outsiders. Outsiders? Also, das ist was du, wenn du mich gefragt hast, ob ich mit ihnen bin? Hm? 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 Oh. Ich finde es ein bisschen spannend, dass er jetzt so aus dem Auf mit uns redet. Gar nicht mehr hier irgendwo rumläuft. Die Siedlung ist schon hübsch. Sehr hübsch und detailliert gemacht. Die Siedlung ist schon hübsch. So kann ich zurück spielen, das Retro-Game, das ich in den Ruinen gefunden habe. Ich liebe Video-Games. Die sie dann nicht umgesetzt haben. Die Siedlung ist schon hübsch. Ich hoffe mal, dass wir das in irgendeiner Szene sehen. Ist ja voll witzig. Einfach irgendwo so ein Loch im Himmel. Oder hinter, keine Ahnung, einfach schwarz zu sehen wäre. Klingt doch gut aus. Okay. Okay. Um, ich bin neu hier. Ja? Ich habe nie gesehen, dass du hier nicht gesehen hast. Ich bin nur durch. Du bist aus dem anderen Seite? Ich glaube. Du bist mit ihnen? Ich bin nicht mit jemandem. 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 Wenn Dess ist mit dir, dann bist du gut. Hey. Ich weiß dich? Nicht noch. Du bist ein Freund von Dess? Desmond? Ja. Ich glaube. Das ist großartig. Desmond wirklich braucht eine Pause und leben seine Leben ein bisschen. Ist er so beschäftigt? Er versucht so hart zu leben, um zu dem Legatzen seiner Eltern zu leben. Um alle anderen zu helfen. Und alle die gefährlichen Stunts. Ja. Er macht wirklich wie ein perfekter Boy Scout. Aber was haben seine Eltern gemacht, das er versucht zu übercompensieren? Warte. Sind Sie jetzt nicht von hier? Sind Sie mit ihnen? Nicht mit jemandem schuldig oder schuldig. Ich versuche. Ich bin sorry, aber ich habe Kinder. Und ich muss sicher, dass sie sicher sind. Ich... Ich gehe raus. Ich habe mal gesagt, dass wir heute vielleicht nur... P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Dieser Elevator zieht uns direkt in das Herz des Niedel-Eyes. Es wird eine lange Reise sein. Also, wenn Sie bereit sind, press den Button. Und ich warte hier für Sie. Okay. Irgendwas interessantes hier sonst? Oh, tatsächlich hier ist irgendwas interessantes. Ja, das ist ein Schuss. Oh Gott, ich schweig. Aber in der Zeit kann ich nicht mehr die Essen, die wir bekommen haben. Vixelsgarten hat uns mit früten, gesundheitlichen Gemüse, und sogar ein Gemüse. Aber du kannst nur so viele Marzen-Stöcke in deinem Leben, bevor es alles schmeckt B-O-R-I-N-G. Okay. Ich habe gehört, dass es eine wunderschöne Kreatur gibt, die neben den Wilden, die dir super leistungsvolle Recipes gibt. Okay. Ich werde versuchen, das zu schauen, ich glaube. Hm. Der Mensch, da oben scheint etwas unruhig. Das geht nicht auf. Desmond, Dämon Bay. Sorry. Das ist, äh, wenn ich Desmond höre als Name, dann ist das so ein Automatismus, der da passiert. Ich denke, ich verstehe das. Ich habe dein Spiel genug gespielt. Was ist hier passiert? Und wer ist Xcel? Du schaust es. Warte. Du bist Xcel? Nein. Alles das ist Xcel. Bitte, nicht voll mit mir auf mich. Ich könnte nicht viel von meinem Leben sein, aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht eine besonders spirituelle Person bin. Nein. Ich meine, schau mal aus der Tür. Xcel ist nicht eine Person. Es ist ein Sprecher. Was? Fast 100 Jahre vor, unsere Menschen mussten ihre Hausplanet wegziehen. Unsere Planete wurde unheimlich. Und eine kleine Menge der Bevölkerung wurde raus, um ein neues Haus zu suchen. Also, wir gehen jetzt durch den Raum? Eigentlich nicht. Der Arck hat sich schon lange vorgearbeitet, bevor ich sogar geboren wurde. Nein. Warte. Also, du und deine Menschen leben auf einem Sprecher auf einem Sprecher auf einem Sprecher auf dem Raum? Jetzt? Du kannst so sagen. Ja. Das ist der Grund, warum du in den Arck bist. Obwohl, ich habe nie gehört, dass der Herr sagte nichts über die Sprecher so weit entfernt. Du erinnerst, was dein Haus sah? Nein. Und ich weiß nicht, ob es der Krach, oder ob dieses Stück in meinem Kopf steckt in meinem Kopf mit meinem Gehirn. Ich bin sicher, dass der Herr der Herr weiß, wie du dir helfen kannst. Dieser Herr Herr ist sicher wie der Big Cheese in diesem Ort. Ja. Er ist eigentlich der letzte Person in der Welt zu beobachten den Arck. Ist der Herr der Herr blöde, oder? Wie ist er noch still alive? Nein. Nicht so etwas was. Zeit funktioniert hier anders. Und vielleicht hat er nur gute Genen. Du hast gute Genen. Das ist sicher. Ich bin sicher, was war das? Nichts. Hier sind wir. Ich... hat sie gerade wieder mit ihm geflirtet. Ich bin noch nicht sicher. Willkommen zu Nidalei. Die seltenhafte der Xcel. Die seltenhafte von Nidalei. 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 Die seltenhafte Du kannst es nicht verlieren. Wenn du lost fragst, bitte sie siehst du mit mir. Ich habe es. See you, Daz. Ich kann mich nicht lange warten. Pizza! Gut. Pizza! Gut. Wenn du Desmond schaust, er enttelt die Excel oder in seinem Dojo, er arbeitet und studiert. Wo kann ich den Dojo finden? Auf der Oberfläche der Stadt. Nicht zu weit entfernt von der Elbeshütte. Ja, aber sowas hatten wir ja gerade schon. Was denn? Was bist du? Was bist du? Hm, aber wie findet ihr es denn bisher? Find das gut, oder? Oh, guck mal, das Raumschiff kommt uns bekannt vor. Aber warum ist denn niemand hier? Witzig. Ich habe das Referenz. Snuff. Deine Kleine sieht so großartig cool. Oh, danke. Alle anderen hier sind die Kleine die Kleine verwendet werden, oder verabschieden. Ja, aber ich mag es wirklich. Frank's Queen. Queen? Haha. That's very 22. Boy, this gives me the creeps. What? These audio logs that are scattered around the cell. You can listen to people's thoughts who are already dead. It's like hearing ghosts talk. Well, everyone needs a hobby. Hey, it's research. Very depressing research. And it also raises plenty of questions. Now I'm curious. I'm going to look out for those out there. Also, ich kann es ja nicht komplett sicher sagen, aber aktuell fühlt es sich schon so noch an. Boy. I don't want to buy. I want to sell. Hm. Hm. Ne, wie hätte ich ja gerade so eine Intro erwartet. To be honest. Okay, die eine wollen Fries, die andere wollen Pizza. Und der nächste will wollen Pizza Fries. Gibt das Pizza Fries eigentlich? Irgendwie so eine Mischung aus Pizza und Fritten? Hm. Where did they run off to this time? Huh? These kids are gonna get themselves killed. What? Their admiration for Desmond is cute, but... Them trying to be like him is... stressing me out. Desmond has a fan club? If you find this scavenger squad, make sure they are safe. With that gang name, they're beyond saving. Boah, ich spiele vorher in meinen Schultern. Muskelkater. Da bin ich gerade gestreckt. Und so, alles hat mir getan. Ich bin durch die wunderschöne kleine Schüttel. Ich esse alle von ihren leckersten Fries und Pizza. Hm. Okay, jetzt weiß ich warum sie in der Gegend rumrennen kann. Fries, Pizza. Da. I would probably do the same. Hm. I am taking care of the flowers here. Aw, that's pretty cute. What kind of flowers are you growing there? One that makes you grow stronger. That's ambitious. But not impossible. The Excel's artificial environment caused plenty of cool mutations on the plant life. Are you sure you're just a kid and not a really tiny scientist? I'm not tiny. I'm actually quite big for my age. Sure. So what cool mutations are there? There are plants that will increase your stamina or even your health. Are you sure this isn't just some hallucinogenic side effect? There's only one way to find out. I need to eat it? You need to eat it. Great. Hm. Where did they run off to this time? I mean, I ate it. I'm not a kid. I'm not a kid. It's a bit funny, if I can talk about him. Yes, yes. I know. I look pretty muscular. Actually... I visit Desmonds Dojo to feel the burn. And practice my Dingbot smashing skills. And your name is Uvoo. A guy named Uvoo. Something is definitely going on here. Every month. Someone goes missing on one of the supply runs. Is someone looking into it? I know Desmond and the Elder are trying their best to clear things up. But I'm getting really nervous about this. What if I am the next to vanish? There she is. Well, here I am. Indeed. Ah, Desmond. I couldn't stop talking about... Welcome to Needle Eye, child. Ah, hi Mr. Elder... Sir. Oh, please. You can call me... Esgari. I'm trying to try again. Oh, we'll try again with the loudness. I feel like it's more loud. I feel like it's more loud. But... You are welcome here. Desmond found you and your robotic friend in the abandoned district of the garden, I heard. Chap found me in a crashed spaceship. But I don't know how I got there. She has no recollection of who she is or even where she comes from, boss. Hey, this is kind of personal info and you just spilled it all in front of your cult. I think it's important to share that piece of information. And this is not a cult. That's something someone in a cult would say. Ah, memory loss. Hmm. Might be a side effect of a hyperspace jump. You must have traveled quite the distance. As I said, I wouldn't know. But I have a question for you, old man. I'm eager to quench your thirst for knowledge. Right. So these crystal pillar thingies on your ship that emits chronal... Yes, that whole spiel. They give me major headaches. And I think they're connected to the stone stuck in my face. Hmm. What a curious person you are. Is it true that you defeated an overseer? I'm not one to brag, but yeah, I did. And I have the burns to prove it. We might actually be able to help you. And by helping you, you might help us in our direst hour. Hmm, this sounds overly dramatic. I love it. I'm in. I told you, she's the person we needed. As you see, we were able to establish a society here that is self-sustainable. And uses what the station has to offer. But the engine that keeps everything running is starting to overheat. Hmm, this is causing harm to the very fragile artificial ecosystem that we need to survive. I don't know if I'm much of a fixer-upper, but I sure can whack things. Don't worry about the fixing part. Hmm? You will be responsible for the slice and dice part on this mission anyway. What is the mission and who is that woman? I like her style. Call me Cheryl. I'm the fixer-upper of this place. Nice to meet you guys. You can call me Reed, I suppose. And that's Chap. What Elder Asgard is trying to say is that this arc is about to heat up to a level where we either combust spontaneously or blow up. Both scenarios are suboptimal. We need to cool down the engine floor ASAP. When you're ready for quite the adventure, meet me at my workshop. Yeah. I'll head out to secure the area surrounding the wilds. Like you secured me back then with that overseer. Hey, come on. Ah, good luck, children. The fate of Cell lies on your shoulders. I see. No pressure. Mhm. Mhm. When you're ready for quite the adventure, meet me at my workshop. Au. Ah, spontaner stechender Schmerz im linken Ohr ist richtig geil. Ah. Der lenkt auch wirklich gut ab. Muss ich sagen. Au. Ich weiß nicht, ich hab einfach nur hier da gesessen und plötzlich hab mein linkes Ohr gesagt so und jetzt tue ich weh. Hm. Vielleicht hab ich mir, keine Ahnung, Mittelohrentzündung oder so eingefangen. Ich hab keine Ahnung tatsächlich. Es ist einfach nur spontan. Und was mir eingefallen wäre, zu Ohr tut weh. Ich hab noch nicht meine Ahnung, ob das tatsächlich ein Symptom davon wäre. Ich hab nur gemerkt, dass plötzlich mein linkes Ohr weh tat und ich das sehr, sehr uncool fand. Hey Reed. Danke, dass uns dabei helfen. Du hast gerade hier gelandet und jetzt bist du alle in dieser Müll. Ich fühle mich ein bisschen schade über das. Bitte, nicht. Ich bin auch nicht kümmer, dass ich mich auf die Flüge geblieben bin. Und ich habe nichts anderes für die nächsten paar Tage auf jeden Fall, so wie ich mich erinnern kann. Also... Ich mag deine Attitude. Du bist richtig in unsere crowd. Also, bist du bereit für die Mission Briefing? Gib mir die Tee, Frau. Also, wir müssen die Flüge geblieben. Deshalb müssen wir die Flüge geblieben. Deshalb müssen wir die Flüge geblieben nach dem Flüge geblieben. Years ago, die Flüge geblieben wurde nach der Science Station. Was für? Actually, niemand weiß. Auch Elder Ascari ist klulös für einmal. Das letzte Mal, dass wir uns jemanden da haben, um zu unterscheiden. Sie nie kamen zurück. Ach, lass mich sagen. Ich sollte meine Glück versuchen. Du wirst nicht alleine gehen. Dez geht auch. Und du bist seine Backup. Wir müssen uns selbst sterben. Das wird nicht passieren. Ich kann dir das. Wie kann man das so sicher sein? Weil die letzte Expedition nicht hatte ich, um die Gäste und Gäste zu machen. Sehr gut. Wann sind wir nach der Science Station? Nicht direkt. Die Science Station ist nicht abhängig, wegen dem Schmerzen in der Region. Die Wilds? Das ist, warum Sie erst müssen die Wilds besuchen und etwas von mir bekommen. Die Wilds? Das ist nicht so schön, wie der Gäste. Es ist, in Ordnung, sehr gefährlich. Und full von wilden Tiere, ich will versuchen Sie zu schädchen. Okay. Cool. Before the incident, the place was a habitat for different species. They installed a robot there that took care of the flora and fauna. I need you to find that robot and get me its biosynth silk dispenser. Biosynth silk pencil what? You will know what I mean once you see the robot. Spider-Man. Once you bring me the dispenser, I'll be able to build you something super cool to traverse gaps and do other cool stunts as well. And save Xel and its people. Yeah, and that. You'll get to Desmond if you go through the gate near the elevator exit after leaving Needle Eye. Okay, give me a moment. Recap time. Go back to the garden and find Des behind the gate. Get into the deadly wilds. Find the robot there, get its dispenser thing, bring it back to you. I do some DIY magic. You get a thing that gives you access to other parts of the cell. I go into the science station, cool things down, save the day. Everyone lives! Happy people everywhere. We make out. What? Fireworks. Boom. Consider it done. And if you find some junk on your way, feel free to bring it to me and I'll see if I can upgrade your gear. Okay, Cheryl is definitely hitting on our protagonist. I don't know if you got it. I don't know if you got it. I don't know if you got it. But definitely there was a We make out. And involved and... And it seems to me as if Cheryl had interest in Reed. It can't actually be a generalist. We make out. We make out. We make out. But... we make out. It's kind of a special thing. das ist ein bisschen das seltsame an dem spiel ist eigentlich die sprache so dieses gimme dir t you go girl es wirkt etwas odd aber rein prinzipiell naja muss ich überlegen es ist auch nur also die spielen halt in unserer zukunft von daher war ich gar nicht so seltsam es kommt mir nur seltsam vor moderne jungen sprache ja ich meine die werden das in den weltraum mitgenommen haben es ist der futur spawning mechanismus funktioniert nicht ganz so sauber wie er könnte oder sollte wir sehen immer wieder so wie dinge ein prüppeln looks like one of those trees and stories that needs to be protected so the world stays in balance evil dude gets too greedy and fuses with a monster in the end and the unlikely hero has to punch him into oblivion ow mhm äh hier wär halt wirklich grad total praktisch wenn dinge ausgeblendet werden würden oder das ist das ist ooo is a clon of few more of those we can actually upgrade our dela Ja. Ich finde diese Haartolle die sie oben drauf haben richtig cool damit sehen sie halt aus so wie so Greaser aus einer amerikanischer alter Gangkultur die hinschein hier es geht hier nicht weiter ich finde sehr gut dass ich manche dinge nicht nach unten laufen muss sondern nach unten springen darf gut zu wissen dass ich manche dinge nach links ausweichen sollte warte mal wir sollten hier war doch noch was anderes also wir könnten natürlich auch einfach mal die Karte kurz nutzen so so Au, da hatte ich keinen, was haben wir damit verspringen. Das hat wehgetan, das war nicht sehr nett. Wow. So, Ressourcen, Ressourcen. 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 Ich fühle mich betrogen. Genau, das Spiel spielt so ein bisschen mit diesen Meta-Stuff, was ich ganz wichtig finde. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kiste, Kiste. Ich muss sagen, ich hätte es gerne. Das hat sich für die Switch gehabt, dieses Spiel. Aber das kommt aus dem 12. glaube ich raus. Das heißt, das hätten wir erst dann mittwochs streamen können. Das wäre schade gewesen. Das wäre übrigens witzig, dass es ursprünglich geheißen hat, dass man dabei sein wird. Und dass man keine Spur ist. Au. 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 Oh, was Angie cool? Ah, da gibt's Desmond. Desmond, oh, oh. Witzig, witzig. Bitzig. Didn't you guys make a copy of every song ever written or something? Officially only selected collections were back up, but worker families smuggled in their own devices, filled with songs from a dead planet. I'll try to create the ultimate mixtape one day, Oh, is everyone whispering in this game? Seriously? Ah, sind sie am Flüstern. Ich finde das sehr unpraktisch. Hm. Ah ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, ne? Wenn du von einem Planeten runter gehst, also weil du liehen musst, was machst du mit den ganzen Kultursachen? Oh, wenn Krater immer loggen muss, haben wir immer gewusst von dir in deiner Art. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Unterstützung. Komm. Und, weiß nicht, wenn du es noch ein bisschen hörst, ähm... Genau. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich wurde jetzt... ...aber immer wieder begeistert von dir und deiner Art. Ich wurde jetzt mit ausgewählt als, äh, Jury für ein, für den, äh, Indie-Cup, der jetzt kommt. Der jetzt zum ersten Mal jetzt in Deutschland, äh, gehalten wird. Und da darf ich tatsächlich, äh, mit einer ganzen großen Gruppe anderer Menschen, äh, Indie-Games bewerten. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, das wird mein erstes Mal sein als Jury-Mitglied. Aber ja, ja, ich bin, ich bin, ich hab, ich hab, das hat sich gemerkt, so, ich bin krass stolz darauf, dass ich das, dass ich das machen darf, dass ich davon teil sein darf. Ähm, und auch, dass ich wieder das Presseticket für die Gamescom bekommen habe. Danke für den Kraster. Ja, also es ist halt irgendwie krass, dass da Leute sagen, hey, du hast Expertise. Komm, wir wollen, wir wollen daran teilhaben. Wollen nixen. Oh, dude, you look like a tough mother. If you want to test your strength, you should check out the wilds. Just head north until you find that broken bridge. And then head east for, like, forever. Oh, but dude, be careful. It's really dangerous in there. Yeah, I prefer my cozy spot right here. Alright, thank you, dude. Das war, das war ein ganz anderes Gespräch. Receive the heart. Ich glaube, ich habe ein Herzhaun willkommen. Wie cruel. Also, safe. Hört sich ja gut an. Hm. Was haben wir denn mal? Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wir sind wieder hier in diesem Eingangsteil. Ja. Dann können wir jetzt hier mal einmal so eine Schlaufe laufen. Genau, ich glaube, das Spiel hat noch so ein paar Probleme mit Popping. Also, das soll halt irgendwie ständig Dinge sehr spät nachgeladen werden. Da haben wir auch immer mal wieder so Ruckler drin. Ich weiß nicht, ob ihr die seht. Also, okay, die, also entweder ist das Writer-Team bestehend aus irgendwie sehr jungen Menschen oder es sind so Hello Fellow Kids. Dieses, ich weiß nicht, dieses, es fühlt sich etwas seltsam an, to be honest. So. So, die, die, die Sprache ist so Mimi. Diese Quäkschreife und denen sind schon irgendwie niedlich. Also, da geht ein Weg hoch. Muss man da schauen. Hallo? Daioh. Hm. Ja, du machst das. Oh, warte. Kann ich... Wenn ich nicht rolle, kann ich da drüberspringen. Nee. Ich glaube, ich brauche da den Dispenser. Ich glaube, ich brauche da diesen Glowy Sticky Stuff Dingern. Werde ich... Werde ich... Äh, werde ich ziehen müssen. Damit ich... Ah, vielleicht hätte ich von oben runter springen müssen. Ah, die Kirche ist hier. Wie machst du das, liebe Kinder? Das ist so cool. Er kann alles machen. Oh, ja? Kann er ein Overseer? Ja, sogar der mit den Legen. Da sind Overseer mit Legen? Ja, und Desmond kann das Ding mit dem Bowstaff, wenn er geht... Hier! Kaddisch! Ich sollte das Bewegungsstück lernen, es scheint. Forget about it. Desmond nur teaches es zu seinen Lieblingsstunden. Wie uns? Ja, also nicht mit uns. Ähm... Okay, wir verstehen es. Du möchtest wirklich Desmond. Ist euch bei einem Namen aufgefallen? Aufgefallen? Die eine Person heißt Raubling, die andere heißt Bonk und die andere heißen Benno. Also ich würde mal... Also ich hätte... Ich kenne eine Raubling, ich kenne einen Honk und ich kenne einen Hanno. Hm. Ob es da... Parallelen gibt? Ich weiß es ja nicht. Es ist ja nicht so, als ob dieses Spiel nicht irgendwie von einer... Von einer deutschen Firma gepublished wurde. Zumindest. Ich frag mich, ja. Ob irgendwie... Weil, come on. Der Charakter heißt Raubling. Und es gibt literally eine Raubling, die Streamerin ist. Muss man schon schauen. Dann streamt ihr das gerade heute? Machen wir Twitch auf. Twitch. Ah, hier. Da, genau. So, wir schauen einmal nach Raubling und einmal in der Kategorie einfach. Ob das denn irgendwer gerade... Also wie ist denn gerade so streamt? Weil ich weiß noch von vorhin, da waren noch ein paar Leute unterwegs. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Hm. Also Raubling ist gerade nicht damit live. Aber vielleicht ist das ja dann... Ich weiß noch nicht. Mach, mach, mach. Hm. Ha, 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 ha. Egal. Also, wir haben so ein Ding über den Netz. So... Hm. Haben Sie nichts küriges da, hier? Ja. Das ist alles, was du sagst. Das ist ein bisschen wunderschönes Ding zu sagen. Warum musst du so sein? Wir sind die Studierenden von Desmond. Desmond hat ein Fanclub. Wir sind called Skarvenger Squad. Skarvenger Squad? Soll das so schlafen? Nein, sie hat ein Sprachimperiment. Es ist nicht lustig. Yikes. Oh man. Was ein Fanäppchen. Einfach direkt mal reinwalzen. Ähm, okay. Oh. Du bist so schlafen, woanders. Ich meine, mit allen Dingbotsen und alles. Und mit allen Dingbotsen und alles. Stopp repetieren alles, was ich sagen in eine dumme Sprache. Stopp repetieren alles, was ich sagen in eine dumme Sprache. Ich hoffe, du hast es gebacken. Ich hoffe, du hast es gebacken. Ich hoffe, du hast gebacken. Ich hoffe, du hast gebacken. Shut up. Fertig. Oh ja. Oh ja. Wie geht's dir, fellow kids? Wer bist du, Grandma? Du bist cool. Für deine Aids? Nicht so cool wie Desmond, doch. Auch. Du auch, chap. Bye. Okay. Alter, was passiert eigentlich? Kann man dich rüberlocken zu den Kindern? Okay. Man kann die Kinder als Schussschild verwenden. Das ist sehr praktisch. Do not quote me on that, please. So, jetzt muss ich eine Ewigkeit noch am Weg zurücklaufen. Ja, hallo. Au. Okay. Mal weg. Oh my God. Oh my God. Let's see. mal speichern wir jetzt hier mal in der gegend eine kiste irgendwie der baum sieht echt schon aus wie eine schlange ein 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 Okay. Also alles noch Zeit vom Garten. Oh, look at this mess! Not me, I meant the bridge. This is where we need Cheryl's invention in order to reach the other side. And to get her invention, we need to bring her the components from the wilds. We need to get that. Oh, look at that! How did we get that? Oh, what's that? Oh, there we go! I know, I know... That's what I told you. Hey, I know... Sie muss sehr wütend sein. Was ist das X? Was ist das E? Was ist das L? Der Schlüssel für alles ist diese Frau. Herr, ich denke, wir sollten zu etwas anderes gehen. Ja, du wirst du etwas zu gehen. Du bist der Wanderer. Das ist warum du zu essen musst. Warum bist du so interessiert bei mir, Mann? Findest du die Wahrheit ist nichts, was du auf einem verletzt hast. Was genau wissen Sie von mir? Wir wissen uns? Hm. Was willst du von mir? Ich habe noch nie gesehen. Erst, ich zeige dir die Heilige Rezepte, die zu rettieren. Okay. 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 Isos 6. Aha. High resistance. Run faster. Tough gun. Restore 10 hearts. Ähm. Muss man das hier lernen? Und das hier? Was sind die, die wir jetzt... Also, wir haben jetzt erst 5 Herzen dafür. Wir wollen... Deswegen wollen wir keinen... Ziner. Zin... Kein Zinergum. Hm. Spannendes. gehen wir an los. Aber... Wir haben nix zum breaken. Und dann kommen wir anscheinend jetzt hier mal aus der Gegend raus. Ich kann aber auch speichern. Ich kann so ein einfaches Sprinten voll gut, aber vielleicht kommt es ja noch. Ja. 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 Where am I? The stone, it brought us here, back in time? Well, that was not freaky at all. Not. Here we go! Oh. Spannend. Okay, we can just... Ow. Something, something, I know how this ends. A mushroom. Oh, a mushroom. Found it everywhere here. Has a bit of a robbery texture. A bit safe to eat. Will not make you grow or have a bad trip. Oh. Eine gute Referenz. So, this was some kind of zoo. Aren't all species that escape a dying planet endangered? Yes. Looks like the main entrance is blocked. Hmm. We need to find another way in. Push. And then... Okay. Jetzt können wir hier speichern wieder. Und das da oben braucht... Ein... Oh. This needs a battery. Battery. Okay. Hmm. Hmm. Still on... Oh. 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 terceira... Mm-hmm. Oh. Nice shirt Mm-hmm. Ok. Oh. 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 Au So Wir Batterie Witzig Witzig Ow Ow So Okay Da muss ich später eine Batterie reintun Hier dann jetzt eine Möglichkeit Böse kleine Spielroboter Böse kleine Spielroboter Böse 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 ich weiß gar nicht wofür ich die ich kann jetzt hier hochklettern das springen funktioniert hier nicht ach schon mal Götner die Tür geht nicht auf die müssen wir von hinten auf machen okay you mean these webs are made by the machine that we have to bring to surl? If this is the end product, does that mean the robot carrying the machine is, uh, FML? Oh my god! Okay... Hmm... Well... Uh... Should I not move further away? Do we have to do that? ach so warte mal ist es ich glaube es ist tatsächlich dümmer als ich dachte ja guck mal jetzt ist nämlich die brücke nicht runtergefallen ok ok wo kommen wir hier das war der Bruderie Just what we needed. Durch. Geben wir hier runter und holen uns die zwei Batterien wieder zurück. Oder. Ja wir holen jetzt mal beide Batterien zurück. Hat er grad free at last gesagt? Ähm. Ähm. Das ist nicht gut. Das Gegnerwesen sollten nicht sagen free at last. Das äh. Klingt sehr nach ähm. Thank you for killing me. Was ähm. Nicht so gut finden. Also wenn unsere Gegner das sagen. Dann ist das meistens ein Zeichen für. Wow. Something is really really fucked up. You know. Also wenn sie so etwas sagen. Dinge sind wirklich wirklich fucked. Aber ja. Eine Frage. Ich weiß nicht. Hat denn irgendwer grad zugehört? Als das Viech gestorben ist. Was? 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 Das ist das. Wärm. 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 Oh. Ah, danke, Ash. Was ist das? Zap Trap. A Schöpfen device, use your trap in keeping wild animals away. With Charles Overtime. Thank you, Zap Trap. Um. Ah, okay. Ähm, okay. Warum komme ich jetzt hier nicht mehr raus? Muss ich ein Rätsel lösen? Weil ich kann auch die Zap Tribes irgendwie nicht einsetzen. Gadget 1, Gadget 2. Oh, das ist das hier? Ah, okay. It actually is. Hm, hm. Und die... Recharges over time. Hm. Ah, da oben ist es ja. Wenn man wieder welche bekommt. Hm. Warum immer, ich durfte nicht tauschen, das fand ich etwas schade. Hm? Aha. Ungünstig. Hier darf ich noch nicht lauen. Hm. Ich weiß nicht, in die Richtung geht es nicht auf. Hm. Weichen wir hier eben. Da brauchen wir auch ein Dings. Du kannst aber eine Zap Trap einsetzen zumindest. Hm. Aber sonst? Sonst können wir, glaube ich, hier aus gar nicht so viel machen. Hm. Hm? Das ist sehr schön, dass er sich so einfach hat umbringen lassen. Das ist sehr schön, dass er sich so einfach hat. Das ist sehr schön, dass er sich so einfach hat. Das ist der falsche Weg. Hier kommen wir nicht durch. Diese Kiste wird mir jetzt als Schlossen angezeigt. Aber allerdings werden mir auch alle Kisten als Schlossen angezeigt. Natürlich ungünstig. Hm. Ich weiß es leider nicht, ob ich denn irgendwie einen Weg nicht gefunden habe. Oder... Ah, das ist leider nicht... Oh was? Ist da gerade umgefallen? Oder... Shit. Aber gut. Es ist jetzt 10 Uhr. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle Schluss machen. Wie gesagt, heute nur ein kurzer Stream, weil ich ein bisschen fertig vom Wochenende bin. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich hoffe, ihr versteht das. Und... Äh... Genau. Und warte. Ich wollte doch nicht... Entschuldigung sagen. Habt ihr Angst? Oh ja. Gut. Es ist außerdem trotzdem gesagt. Ah ja. Ähm... Wir werden jetzt schauen, wie wir das raiden können. Wollt es wirklich kurz am Mittwoch. Äh... Seht ihr mich dann wieder? Jo. Ich habe gerade rausgefunden, dass ich eine Person entfordern muss. Weil sie... Äh... Äh... Naja. So. Ist halt... Ah... Dann... Werfe ich euch heute... Wie werfe ich euch dann? Wie wärs denn? Profi? War auch schon länger nicht mehr. Oder ne, T-Bag. T-Bag machen wir. Waren auch schon ganz lange nicht mehr bei T-Bag. Außerdem steht ihr morgen ja kein Smite bei mir. Das heißt... Ich höre ich jetzt schon mal... Zu Smite rüber. Mit dem lieben T-Bag. Äh... Sag dem hallo. Lieben Grüß den von mir. Und äh... Genau. Wir sehen uns am Mittwoch. Da dann eigentlich wieder ab 18.30 Uhr mit Smite. Und einem Indie-Game. Wir werden schauen, was wir da spielen. Ich muss zugeben. Ich weiß es gerade nicht. Aber das werde ich morgen spätestens klären. Dann. Ja. Gute Nacht. Von wo sie ihre Füße in den Stream hält oder so. Ähm... Ähm... Nein. Ein Kollege von mir. Der hat da ähm... Interesse an den... An diesem... Ne, aber man muss echt vorsichtig sein. Ähm... Dass man sowas nicht macht. Weil... Äh... Naja... Scheiße. Ich wollte hier nicht. Die Spacetit werden auch so effektiviert. Die Spacetit wird auch auf eine Buster. Die Spacetitle veraltet.